der decke kommt hinter dir vorsicht nein nein oh gott sind zwei super ich hab noch kein feuerzeug in der hand gerade nimm es hallo und herzlich willkommen zurück hallo warum schlägst du denn sonst auf the forest oh gott ich muss meter abstand halten zu smidi da rastet gerade wieder aus so was hat gedonnert hat gedonnert jetzt regnet das andere das jan traumstern wir gehen gleich in die höhle hoffe ich weil da geht es an der stelle wir haben was am strand entdeckt aber das mit dem regen hier so im wald sieht schon ganz nice aus das muss ich noch mal erwähnen tatsächlich ja kann man auch macht schon spaß lassen wir da rum gucken wenn sie da aufgespießt haben ja was wir haben immer noch kein zelt aufgestellte ist nicht schlimm machen wir jetzt gleich am strand noch mal in die höhle hüpfen versuchen die möge mal wohl zu nehmen hier schwebt hier schwebt irgendwas schwebt essen das sieht ein bisschen aus wie auch so leute wie wir sie sind aber die sind schon oder hat denn acht der hat eine maske auf das sind aber nicht unsere war dann schon der andere hochschrauber das kann sein da waren ja mehrere teams ja ich glaube nicht aber die haben nix für uns da gelassen die haben es auch nicht mehr so gut also uns geht es besser zwar auch nicht optimal aber jetzt der helm aber kann man nichts machen na gut dann wollen wir deine plane raus hast du ja meine plane wieder schon uns durch genudelt du hast auch zwei kannst du was bauen oder soll ich wieder mit runter stopfen ich kann das bauen ich hab's nur falsch gemacht beim letzten mal also falsche taste benutzt ich stecke unser häuschen und dann stecke alles wieder schön ein darauf geht's ins trockene und federn holter sind das viele federn oh hier schwimmen über den federn moment so die möwen sind schon lecker wenn die auch stückchen fleisch opfern würden haben sie so das gps nicht mehr offen aber ich nehme an du bist am start für die höhle hier muss hier jetzt gleich irgendwo ums eck sein hier einfach mal an wie das aussieht hier das mit dem regen das ist schon schon gut gemacht hier unten an der felswand aber doch hier am wasser naja muss ich noch mal belegen ja stimmt die kann ich ja könnte ich auch belegen ich weiß aber nicht mehr was ich wo drauf habe doch die zwei das ist besser das brauche ich nicht hier wie weit kann man denn hier belegen ich mache mal die fünf bis neun mindestens ok und die sechs fürs feuerzeug hat sich mal wieder schnell molly braucht mollys kann man schon mal schnell kombinieren paar oder ja ja ist eine gute idee hat man licht aus ich gucke gleich noch mal was ich sonst noch auf den leisten habe mollys kombinieren das ist keine schlechte idee als wir nachher wieder in den bedulli kommen hier geht manchmal ganz schön schnell so schnell kannst du gar nicht scheiße 0 prozent lernfähig ehrlich nein ich habe nicht links geklickt also nur einmal kurz so vier stück hätte ich immer noch vier stück und ich habe noch eine sprengbombe und ich habe noch eine granate hätte ich auch nicht schlecht soll ich mal ganz kurz die waffen noch durchgucken warte mal eins ist die axt zwei habe ich jetzt die taschenlampe aber zwei taschenlampe ist ein bisschen blöd eigentlich ich habe so fünf und sechs feuerzeug und taschen man bei will ich mir den bogen geben auf drei lasse ich meine schocker was habe ich denn auf vier kann man denn hier mache ich die mollys ja fünf taschenlampe und 6 ist feuerzeug ist keine schlechte idee mehr brauchen wir eigentlich zum ziehen nicht nur ich weiß gar nicht was ich noch habe ich gehe mal rein doch sie mache ich meine leuchtwackel die können wir auch benutzen ach ja das stimmt ach so den sperr habe ich noch der manchmal auf acht weil der ist ja eh nicht so dass der knaller und neun das fernglas ist es auch ok dann komme ich mein daher ja weil meine taschenlampe ist nämlich gleich schon leer deswegen ich hab dir ein paar batteries ja das ist einmal wechseln was denn jetzt war jetzt einmal wechseln was mir einmal batterien gehen die zweimal ich habe nur einmal luft tank mit dem brauchen wir bestimmt für irgendwas und sicher hier da geht es schon gleich wieder los leuchtwackeln ganz schön nicht gleich leuchtwackeln an hier ist 9 mm munition vier stück waren hier nach oben hinten ich habe hier vorne gerade welche gedutet er lag da hinten noch mal ja da lag was hier habe ich keine 9 mm gedutet da lag aber was rechts ein bisschen neben der kiste verlangen welche ja da ungefähr in dem bereich also hier land ist noch ein stück zeitungspapier na komm bin ich aber gar nicht so nein wie mache ich denn die leuchtwackel an rechts klicken das ja ok dann lass mal weiter ok das war nicht fast sinnvoller man nimmt molly er macht mehr licht auf jeden fall naja aber so ein bisschen gerade so ein groben looten taschenlampe ist schon cool ne taschenlampe ist ganz cool wie du die rauchschwaden hinter dir ziehst in dem raum eigentlich nichts gutes deswegen habe ich sie mal in die mitte geworfen na doch geht bis jetzt sehe keinen obwohl mit dem feuerzeug geht es auch taschenlampe ist cooler aber feuerzeug geht halt auch geht jetzt noch einer von unseren leuten hat der nix dabei da vorne ist was das ist schon wieder wie so ein zweiköpfiger hampelmann aus sind die dann das doch nicht doch nicht ne sah nur so aus naja aber ich glaube ist ein großer also der mehr ist ein großer ich glaube zwei große machst du moni zwei johann ja zwei große weil die mom eine einer ist links nehmen ja das direkt hier links und leuchtig und dann ist er brennt auch perfekt der andere kommen nee das ist ein anderer höflich hänge ich kann mich nicht bewegen eine scheiße ist er kommt er kommt schießt du draus mache ich mache ich achtung hinter der war noch einer ist beide da jetzt wird es kritisch jetzt was kritisch ich glaube ich hatte warte 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 kann ich die lampe ausmachen nicht dass ich irgendwas mal machen kann mit taschenlampe ist jetzt natürlich wenig aktionen kommen 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 jetzt zurück kommt zurück lass es versuchst er zu locken irgendwie ich habe den sprengsatz in der hand nach ich werfe ihn einfach bleibt hier okay das gut läuft erwischt das beide so nicht schlecht aus und zwar die kleinen noch da aber wenigstens die beiden großen sind weg rüstung bluten ich kann die nicht doch von hier so ein bisschen ja ja weiß noch nicht wo meine pfeile jetzt sind aber gut ich habe deine auger gesehen sind doch bestimmt hübsch wie der rest natürlich wo ist denn der andere da war doch hier irgendwo hier was sogar meine pfeile drin kommen an das ist so wohl ist alles im lack dann wichtig schon wieder so manches oben kriegt einer rum aber das ist nur so dann lass mal hier lupen oder noch nicht was auch noch zu spät hoffe du kriegst du noch ja glaube ja ja passt vielleicht mal die haut wieder auflegen ja da hängt da ein bisschen der arme recht ist aber einmal kommt da gerade und einer hängt da oben und rechts hier ist noch einer drin naja stimmt was bewegen wenn der andere ist raus ok dann sind das drei stück noch da kommt er war ja richtig dreckig habe ich wohl gesehen werde ich dreimal erwischt hat ja ich konnte mich nicht decken und ich konnte auch nicht weiter schlagen ich weiß nicht ob ich keine austauschen habe ich nicht darauf geachtet aber da hat er mich auch erwischt der rund ja jetzt hängst du jetzt hängst du jetzt hast du gelitten kopf ab kopf ab was anderes kann ich dazu nicht sagen wirst du den anderen müssen auch noch machen ja ja das hier noch hat er hatte ich werde auf jeden fall wenn wir jetzt zurück sind wir haben nur einmal zu viel ich würde sagen rohrboppen bauen ohne ende aber wir haben ja nur einmal zuvieren der andere ist noch irgendwo hierher darum ist noch zwei sind hier wo wir die lassen einfach oder eine rüstung halt ne so ja ok aber die hängen ja hier noch mal eins ist weg bei der halt nicht so gut dran ja und darunter wenn sie mir ein arsch hin ok das ist auch der lebenskampf den ich hier gemacht habe ihre käse füße ich komme da nicht dran ich komme noch nicht dran dann lassen wir so da jetzt habe ich dir noch mal ein verpasst also eine aber ich war kommt man dann doch ein bohre sonst nehmen wir bogen und wir prügeln sie von rechts nach links ja auch noch was drauf ich fand dran ist weg ja ich bin jetzt hier so reingepackt ja das soll ich selber zu mir rauskommende gott sei dank doch herr geht aber jeder anderen den anderen auch mitnehmen ja der licht hier in der mitte hier von meiner seite aus müsste es gehen geht's ok das war leicht verdiente rüstung deswegen ja schon mitnehmen befürchte wir werden hier und noch mal das eine oder andere bekommen warte mal wenn ich mal c4 zusammenbauer hatte ich gucke das mal kurz was bräuchte eine zeit bomb eine platine mind ich habe keine minzen und habe ich hab doch minzen gehabt oder habe ich da das ist doch nur vier münzen ok brauchst fünf münzen dafür ok in hofer dass du ja bestimmt welche münzen habe ich glaube ich auch ein paar irgendwo mal gehabt oder du hast fünf ich weiß ja 24 ausgepackt hast ich habe vier münzen ja ok ein guter noch verkündet mir eine bombe bauen falls das notwendig mal ist um hoffen dass wir speichern können im fall an das war deshalb geht es links auch weiter links geht es wie es aussieht auch weiter ich wollte ja da kommt ja und dann gestürmt halt die fresse jammer nicht stirbt euch aber auch im frischen gesammelt ich habe dann nicht oder geht es auch weiter wo wollen wir lang erst mal hier rein ich habe alles ich weiß nicht wo er es raus kam oder was schon mal weg jetzt da können wir machen so ich bin jetzt voll mit rüstung ja ich hatte nicht so oft eins aufs machen wie du zwei kann ich glaube ich noch naja nimm ruhig mit ich jetzt einmal ja weiterhin kannst ja auf kante liegen ja eben muss auch gut so ok hier ist nix hier liegen noch ein paar bahnwesten rum passt nicht immer eine schlanke taille die pri reifen geh du mal vor mit deiner taschenlampe hallo der raum sieht ziemlich groß aus warte mal ich oh gott ja wird schon mit um meine taschenlampe so alle wechsel automatisch gleich ach so also er wechselt die berater aber du hast ja keine männer jetzt habe ich dann keine ich kann noch einmal hier geht es weiter hier hinten auf jeden fall aber ich sehe keine gegner hier ist noch niemand wo wir hätten geht es noch mal weiter genau das gucken dass wir nix liegen lassen ja wenn ich muss man regelmäßig zur abschlussstelle mal hoch da gibt es bestimmt immer batterien und so ja dann müssten wir doch mal looten kleinen vorrat anlegen wenn wir hier vielleicht noch mal dass die dings bald ausbauen den in zaun und so dann können wir ja ein paar mal hoch gehen ja meine taschenlampe ist gleich leer nur so als info wir dann gleich einmal changen ja fast so aus wie in der ersten wühle in der wir waren beim letzten mal ja aber hier ist ja wasser und das ist ein bisschen ja das stimmt aber da unten sind welche meine ich gesehen zu haben kann mich aber auch täuschen jetzt sehe ich gerade noch keinen ja ok dann saßt du nur vielleicht so ein bisschen so aus wegen der spiegelung und wir müssen eh runter ist die frage kommen wir denn wieder hoch schau mal felsen vielleicht könnten wir vielleicht gehen ich hätte hier zwei arme und ein bein für dich danke für dieses großzügige angebot ok ich wechsle mal auf feuerzeug ja hier drüben liegen energy drinks ok jetzt habe ich aber auch irgendwas gehört ja hier liegen noch ein bisschen draht ist hier noch naja das war's das war's auf jeden fall hier gucken was da drüben ist ja mein kaffee wird doch schon wieder kalt ja meine auch aber in der kanne noch ich würde mir das mal einen gönnen mit den seilen ist ein bisschen ja auf jeden fall immer leer machen bevor wir los gehen das wird uns merken gerade höhentouren da müssen wir leer sein damit wir das zeug alles mitschleppen können hier hast du gesehen Stoff hast du genommen ja Stoff habe ich genommen ja ok ich will eine Schädellampe bauen wenn wir zuhause sind einfach so weil ich es kann ja ja Knochen habe ich voll da kann ich nichts mehr mitnehmen hier sind äh Rationen zum Essen nehmen wir erstmal einen Knochen alle mit Alkohol ich bin ja leer ja Knochen habe ich schon voll gemacht eben ach so oh nein mit dir brauchen wir was hier ist ein Tauchgerät ich glaube das brauchen wir bestimmt auch um mit hier weiter zu kommen befürchte ich ja ich denke auch hallo aber gut dass wir das Tauchgerät haben drin dann können wir ähm vielleicht auch die anderen Dings da hinten weg holen dann den Typen weißt du der unter Wasser war wo wir ja überlegt haben wir ein Tauchgerät hin und her so das geht ja dann jetzt damit ja wollen wir echt tauchen wenn ich ehrlich bin nein gut was geht auch hier geht es ach so wir haben automatisch licht wir haben automatisch ein bisschen licht Tatsache anscheinend ich habe nämlich extra eine Leuchtvacke lang gezündet wo sehe ich denn ach so ist lange Luft drin ist es alles gut war hier geht es raus oder weiter zumindest ja ich bin hinter dir gab es noch mehr oder bist du einfach direkt erstmal losgeschoben ohne mich umzugucken ich mich groß umgeguckt habe ich mich nicht na gut es wird wahrscheinlich aber nur einen Weg geben schätze ich ja ich glaube auch und unter Wasser wird uns jetzt eigentlich nichts bewegen aus der Fläche ein Hai hier eine Öle jetzt nicht hier ein Hai entgegen kommt das ist aber ein Problem dann ist es hat der gewonnen der am schnellsten schwimmt ich glaube man es wohl der da hinten ist ja wohl nochmal schon ein Stückchen ja wenn ich wo ist das geladen oh ich auch nach oben ah ja ich bin oh Gott wir sind ja mitten auf dem Meer hier bald ach wir sind draußen ja sind einfach aus der Höhle raus schön so dann müssen wir nochmal rein schauen wir mal da zurück zu unserem aber es ging ja wohl nicht anders wahrscheinlich weil sonst hättest du es auch heute du kamst ja nicht wieder hoch das ist das ja was ich meinte ja ja da war noch ein Weg oder was da war noch ein anderer Weg ja weiß aber nicht ob es da viel weiter ging da müssen wir nochmal gucken ach ja stimmt ja wir können ja nochmal rein das ist ja jetzt nicht so wild mach doch mal die licht aber die Taschenlampe weg das ist ja auch direkt wieder angemacht als ich raus bin aber jetzt sehe ich es nicht mehr es ist nicht mehr animiert bei dir meine brennt noch wacke es wird auch gleich dunkel also ab wieder in die Höhle ja bist du wirst dich oh Moment geht noch hmmm trinken wir was ja dann können wir ja doch noch hin zum GPS Signal finde ich gut ja dann kriegen wir das dann wenigstens ja und wieder was gefunden in der Höhle wir müssen irgendwie eigentlich mal abschätzen ich weiß nicht gar nicht wie viele Höhlen gibt es denn weißt du was das ist eine Übersicht ne 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 also es gibt einige ja aber also bestimmt zehn zwölf was machen wir mit dem Tauchergerät wie legen wir das eigentlich ab achso wenn wir mit dem die ganze Zeit rumlaufen würde ich jetzt auch nicht zieh doch mal einfach deine ne weiß ich nicht habe ich das noch an ja es steht auf jeden Fall rechts hier ist es tragen ah ja kannst rechtsklick machen ablegen ah und dann ist abgelegt ja auf dem Tauchgerät genau jetzt hast du es aber glaube ich nicht mehr an ne du hast es schon ausgezogen ok genau rechts ist das Tauchgerät und dann kannst du auf ablegen machen aber ich habe noch die das Röhrchen im im Mund echt unter im Bild also jetzt wechs es nicht mehr wenn nicht dann musst du es nochmal machen naja ich lege es nochmal ab mhm ablegen ja jetzt ist weg ok dann es war nur mal schnell ein Schrittes durchlaufen theoretisch sollte hier ja nichts mehr sein jetzt ja das weiß ich nicht so genau ob die ob die oder wie schnell die nachspawn keine Ahnung die Fledermäuse sind wieder da die sind wieder da aber der Loot ist auch nicht da also das ist ja gemein wenn die Biester wieder da wären wärs ein bisschen gemein du hast gar kein Licht an da hast du keinen Bock nö nö obwohl ich wollte ein bisschen sparen ich hab nicht so viel ja deswegen habe ich das Feuerzeug auch in der Hand dann haben wir jetzt auch Hauptsache nur zu zweit leuchtet man dann doch schon bisschen mehr also wenn sind sie ja hier wieder da ne sind sie aber nicht das ist gut hier lang ging es nämlich noch mal aber die Knochen sind dann wieder da mit was geht alles raus das bin ich auch volli hast du so ein zirpenes Geräusch mhm ok hab ich ja beruhigt wie wie ich mal vorgehen darf ich freu mich sehr gerne ähm das ist ja das ist der Ringtropfen oh aha Molly mach mal einen klar hab ich schon hast du schon? ok dann mach du mal einen klar den Honest oh 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 onda oh oh na. oh 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 lassen wir mal stehen und man beide erwischt gibt mir eine rüstung ein bisschen mit drei stück weggeprügelt trotz deckung ja ich glaube decken bringt bei dem nicht so viel aber ich wollte gucken dass man ein lektor scharf jetzt gepackt auf der 3 auf der 2 bringe ich bitte nicht durcheinander jetzt habe ich auch nur laut vor mir gesagt jetzt schnell weißt du noch warum habe ich jetzt einen tisch in der hand war sie nicht angst im dunkeln ich glaube fast gott und noch batterien drucken vielleicht sogar weißt du auch nicht ich glaube nicht wir waren durch da bekam ich keine batterien gesehen oder von uns und musik hier wird gesungen wo die sind wir schnell schön mal hin und her der decke kommt hinter dir vorsicht oh gott sind zwei super ich sind zurück zurück ich habe noch kein feuerzeug in der hand gerade nimm es wir haben zeit das hat das hat jetzt kommt da so langsam jetzt kommen sie beide warte bis beide da sind das andere könnte rein laufen will er natürlich nicht natürlich nicht der kommt noch direkt zu dir hingelaufen das sind beide da wobei gleichzeitig wird ein bisschen mies ja warte warte da kommt der eine kommt auf mich zu warte 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 kann man nochmal molly ja beide trifft man hier nicht wo ist eine andere da vorne hinter dir jetzt haben wir links und rechts ein von uns das ist nicht so geil ne vorsicht oh da hast du mich umgehauen mit dem molly oder eines todes haben wir noch eine ist ja gut okay das ist natürlich auch eine valide technik jetzt habe ich den einen schon auf dem sitz ich noch im kopf jetzt dann nimmt jeder ein ist ja nicht so der andere lebt aber noch weiß der andere lebt nicht klar also der lebt aber noch mal nicht ja springt drauf wo die die rüstung der lecker noch so immer noch ja was machst du denn ich dachte ja längst sie über war noch nicht tot und wann ist die ausdauer weg ich kann ja nicht die ganze zeit ich habe ich nicht mitgekriegt sorry ich dachte der steht da schon mal bereit ist zum schlachten den haben wir auch bei dem ich habe mich auf den kopf gesprungen und habe den von oben weg gemacht ja da hat mir auch gut die richtung jetzt runter geprügelt habe ich ein bisschen die anderen beiden noch liegen welche anderen beiden ja die anderen beiden hier die nicht so krassen oder der eine einer ja glaube ich oder okay oder sind auch schon weg und die müssen ja nicht hier liegen ich habe hunger na klar oder war das noch weiter vorne aber sind hier hier ist schon mal teubungsgewehr munition gronate kann keine bilden mehr tragen nein alter nächstes mal wird sich leer gemacht habe glaube ich deine taschen ab bevor wir losgehen naja es gab jetzt auch schon was ich habe jetzt aber auch 1 2 3 4 5 6 pillen im inventar jetzt bei dir weiterhin hier geht es weiter ja hier auch was hier kommt die musik auch her dann gehen wir erstmal zur musik auch so gut ich dann wieder direkt dran vorbei gerannt ich glaube das soll ist eine falle für mutantos so ausgemacht ja die monetarisierung wird sie danken helfe gerne weiß ich nicht ob es freie musik ist oder nicht ist aber nicht so wild dass es kein strike gibt babys meine lieblingsbabys ja den bogen auskragen die schießen sich am liebsten ins gesicht oh manchmal treffe ja nicht so gut sonst hab ich die ins bein geschossen ja auch das kann sein also ich kann halt nur raten wo die sind mit dem bogen ich muss das mit der achs machen bis hier rum kriechen mit deinen fallen im kopf da kann ich dir auch mal wieder aufheben danke halt hier kriegt noch was frechheit okay hier ist noch was war jetzt nicht mal bitte zu mir mit ich meinen fallen aus dem bein zieht sehr gerne das ist ja doch noch mal eine ganze ecke hier und noch eine abzweigung dazu was sind das hier guck mal dahinter ein raum ach so ja was durchgelaufen übrigens auch mollys also alkohol aber nur einer die anderen beiden kann ich nicht aufsammeln ja stimmt tatsache warte mal der hat was täubungsgewehr jo täubungsgewehr collected ok was dann nicht was wir damit machen kann also klar betäuben aber warte mal ich will mir kurz mal was zu trinken gehen oh ja ich habe hunger wie solche habe ich denn hier noch raufleisch guckfleisch habe ich dann mal das guckte einmal geguckt das fleisch mehr habe ich auch nicht mehr aber es sollte reichen noch mal ein kleines schlückchen und dann bringt flasche ist jetzt leer energieregel gönne ich mir noch ich muss zu essen könnte schon noch vertrauen müsste gehen erst mal ist ja gut ich habe ja im notfall die feldration fünf stück ich mache mir noch mal schnell molly weil ich habe nur noch ein sich gerade fertig ist bzw ich mache gleich alle vier dann habe ich wieder vier hier können wir zurück wo andere abzweigungen ja und muss ich ja gehen dass da nichts meine ecke ist hier ist noch was zum wechseln klamotten lederjacke liegt hier rum ach da hängt sie ja unter die decke gehängt ok auch hier waren die babys aber ich denke jetzt haben wir auch das bekommen das war ja was hierzu gelungen gibt zu holen noch eine sache hier drin wäre natürlich jetzt jackpot muss ich dazu sagen das stimmt schon ist jetzt noch die schaufel wäre natürlich das ist ja geil bist du lang gegangen das hier hinten ja 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 aber hier geht es geht es hier weiter ne da gibt es noch ein paar leuchtfackeln ok das kann ich jetzt auch nicht nehmen das war es tatsächlich ja gut schon ok dann haben wir die hülle jetzt wirklich erledigt ja sehr schick spät haben was 22 uhr aus zelt aufbauen nummer schläfchen würde ich sagen wir jetzt raus ja was wo dachte du wolltest wieder in der andere richtung laufen das ist der typ da in der ecke die man vorhin geloot ist haben und das heißt natürlich schon wieder vergessen deswegen dachte ich habe was neues entdeckt ok heute noch mal looten aber da war ja nichts mehr gut dann können wir ja wenn es nächsten tag ist uns ein bisschen frisch machen dann gehen wir mal zum nächsten gps-singer mit unserem tauchergerät ja schauen wir uns das machen dann haben wir auch mal wieder die nächste hülle abgeschlossen richtig dann ist an die nächste folge kommt sind doch schon wieder am ende einer folge gelangt und wieder muss ich ja schon wieder so lange warten jetzt musst du schon wieder mindestens morgen morgen bis die nächste folge gekommen das tut mir sehr leid aber bisschen geduld hat noch keinem schade na gut ja dann denkt uns däumchen und sie dann fürs zuschauen wir sind nun zum morgen macht's gut bis denn tschüss aus 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 Untertitelung des ZDF, 2020